einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer Odin und das wird ein kleines Info-Videoflog wie man auch so schön sagen will wissen wir nicht unter welchen Titel ich das Video veröffentlichen werden tue, unter welchen Titel veröffentlichen werde. Sorry, ich bin gerade voll fertig denken fällt mir auch gerade momentan ein bisschen schwer bis halb zwei in der Nacht, habe heute ein bisschen was länger gemacht ich habe heute das Kinderzimmer soweit fertig geknippelt alle Schränke drin, alles so wie es sein soll fehlen jetzt nur noch ein kleiner Schrank unterm Bett, weil meine Tochter hat ein Hochbett der kommt nächste Woche, der große Schrank und so ist aber jetzt schon alles da der Schreibtisch ist aufgebaut, morgen wird alles eingeräumt und also der Umzug schreitet immer weiter voran Gardinen habe ich noch nicht überall dran bei meiner Tochter kommen jetzt noch Gardinen ran ich habe überall Chalaisinen zwar, aber Gardinen möchte ich trotzdem auch überall dran haben ich habe jetzt im Wohnzimmer seit heute Küche und im Badezimmer und im Kinderzimmer folgt jetzt noch da werden werde ich jetzt, ich habe schon Gardine ausgesucht, die ist schon hier eine Gardinenstange muss ich noch holen und im Schlafzimmer muss ich noch Gardine ran ran machen und dann ja so weit ist aber eigentlich alles fertig, also ist nur noch ein bisschen Kleenzeug so ein Gardinen und so ein bisschen Kleenkram, aber sonst ist es umso fertig, ich warte jetzt genau auf mein Internet, das kriege ich am 16.02. wie ihr sagt immer noch bei Kaugummi, total lecker und ja am 16.02. werde ich einen Live Hangout machen, wenn es wirklich so klappt, dass ich am 16.02. wirklich Internet bekomme also laut Brief soll der Techniker zwischen 8 und 13 Uhr kommen da soll ich hier sein und da habe ich für den 16.02. ein Live Hangout geplant und ja, das wollte ich euch halt kundtun ich hatte es glaube ich auch in die Kommentare geschrieben dass ich das vorhabe und ja, am 16.02. abends wird das dann stattfinden so circa 8 Uhr wenn meine Tochter dann schläft da wird das dann stattfinden wie lange habe ich mir noch keinen Plan gemacht entscheide ich so wie mir gerade ist aber ich denke mal so eine Stunde auf jeden Fall ihr seid auch herzlich eingeladen also Gäste oder Havel TV hat schon zu gesagt, dass er mitmachen wird und wer noch mitmachen will einfach nur schreibt mir eine E-Mail geht auf Kanal Info oder Infos zum Kanal oder so wie es heißt oben und dann geht da weiter runter und dann steht da E-Mail und da schickt er mir einfach eine E-Mail dass ihr mitmachen wollt und die E-Mail werde ich mir dann speichern und darauf sende ich euch dann den Link um in den Hangout drin zu kommen weil den kann ich nur senden den kann ich nicht öffentlich irgendwie posten bei Google Plus oder hier bei YouTube weil dann steht immer da privater Link den darf man nicht machen bla 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 und da habe ich gedacht als Einstieg werde ich am Anfang werde ich halt so erzählen wie weit ja was jetzt noch kommen wird im Kanal und ja bis ihr alle eingetroffen seid und dann habe ich gedacht mach mal so eine müdliche Runde als Einstieg dass ich wieder da bin also richtig da bin ist halt lecker und dann wollte ich euch noch kundtun wenn ihr schon mal da drauf seid auf Infos zu Kanal da habe ich ja unterstütze den Kanal Spenden und sowas alles habe ich da und da findet ihr auch ein Button für Odins Test Kalender glaube ich habe ich es genannt ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher und da könnt ihr drauf gehen und da werde ich immer wenn jetzt so live Veranstaltungen sind oder irgendwas speziell geplant ist werde ich darin schreiben für den dementsprechenden Tag ich werde auch die Erinnerung so einstellen dass ihr den Tag vorher und am gleichen Tag Vormittag und Nachmittag dran erinnert und vielleicht eine Stunde vorher dran erinnert und das könnt ihr wenn ihr ein Android Telefon bei iPhone weiß ich es nicht ob es Google Kalender auch für iPhone gibt weiß ich nicht wenn einer ein iPhone von euch hat schreibt es bitte in die Kommentare kostet auch nichts also der Kalender da geht ihr einfach drauf und dann könnt ihr auch sagen an mein Kalender schicken und dann wird es an euren Kalender auf euer Smartphone geschickt da habt ihr den mal gucken ob ich euch das zeigen kann Google Kalender also ich kann euch das jetzt erstmal zeigen wie das aussieht der neue sieht jetzt so aus so blau ja seht ihr das scheiße ja seht ihr das sieht man das sieht man echt scheiße jedenfalls ist das da so seht ihr das vielleicht ja so seht ihr das so und da geht er rauf und dann sieht das ohpala dann sieht das halt so aus für die nächsten Tage ist halt nichts geplant und am 16. da steht Rose das soll ja noch Rose sein eigentlich ach Rosenmontag und unten Andy so das rote müsste da sein am 16. Andy wenn ich da drauf klicke dann stehen da meine Erinnerungen endlich wieder Internet so habe ich das halt genannt und was kommen wird blau also das ist halt eine Liveveranstaltung dann schreibe ich halt nicht dass das eine Liveveranstaltung ist sondern nur endlich wieder Internet was was wird kommen und was ist passiert ich kläre euch auf euer Odin oder so habe ich es genannt das steht jetzt hier nicht endlich wieder Internet neue Wohnung fertig ach neue Wohnung ist fertig habe ich unten nochmal als äh als kleine Zusatz drin geschrieben da wird es erinnert also am selben Tag um 9 am Tag davor um 19 Uhr am selben Tag um 17 Uhr ja dann 18, 19, 20 3 Stunden Zeit um sich darauf einzustellen habe es auf öffentlich geschaltet und der Kalender heißt Odins Test Termine kann man scheiße jetzt lesen so jetzt gehe ich hier mal raus wie war denn das so und guck mal wo ihr das seht da da seht ihr das dann habt ihr praktisch da oben euren eigenen das seht ihr jetzt schlecht das ist euer eigener Kalender Termine und darunter steht dann Odins Test und das seht ihr dann ganz normal in eurem Kalender könnt ihr auch an oder ausschalten und das wird dann immer regelmäßig mit meinem Kalender also mein Kalender wird dann auf euch wenn ihr das abonniert synchronisiert also da dann nicht wundern wenn ihr das macht dann klingelt euer Telefon euer Kalender sagt euch ey da ist ein Termin das habt ihr aber nicht eingestellt das habe ich dann bei mir im Kalender gemacht und so seht ihr ey morgen ist ja was ihr könnt aber auch direkt vom Browser also von geht einfach auf auf Kalender dann öffnet sich ein neues Fenster da ist der Kalender und da seht ihr so die nächsten Tage und da seht ihr auch ob irgendwas geplant ist und dann schreibt ihr euch das selber in euren Kalender könnt ihr auch machen natürlich es euch überlassen und da könnt ihr dann halt so sehen wenn ich wirklich was mache das schreibe ich da dann drin weil viele haben mich nicht bei Facebook oder Twitter die haben mich nur hier bei Youtube einige haben mich überall und immer gleichzeitig überall Bescheid sagen das geht momentan leider nicht mit meiner beschissenen Internetleitung also ich habe ja nur hier so ein Stick und der hat halt nur nicht viel Power ich habe nicht mal UMTS Geschwindigkeit gerade ich habe EDG kann E-Mails checken komischerweise Hotmail wird nicht gecheckt aber so meine anderen E-Mails werden gecheckt Google und meine Firmen E-Mail Adresse die werden gecheckt das ist das Wichtigste ich kann auch Internetseiten aufmachen ich kann auch bei Youtube antworten ich habe mir so ein Tab gesetzt für Kommentare Videos kann ich von mir nicht öffnen hier schweige denn also ich drücke dann Pause ich habe dann mal getestet ob dann unten runter die Kommentare lang nichts halbe Stunde lang nichts passiert also das geht nicht ich kann nur bei Kommentaren dann antworten ja so seid ihr halt dann immer auf dem Laufenden ja dann kann ich euch noch erzählen was demnächst passieren wird im Kanal das soll jetzt auch nicht so ein strenger Flop werden ich habe einfach nur Bock mit euch ein bisschen zu quatschen euch ein bisschen so erzählen was so passiert ist habe ich ja schon gemacht mit der Wohnung und ja dann will ich euch noch erzählen was noch so kommen wird ich werde mir diesen Monat werden auf jeden Fall noch Videos kommen zu meinem neuen Mikrofon ich werde mir ein neues Mikrofon holen dass ihr mich besser hört und dass die Gameplay Reviews auch besser kommen dass man da dass ich da mein Mikrofon besser einstellen kann dass ich da eine bessere Soundqualität habe das werde ich jetzt diesen Monat in Angriff nehmen da werden dann mehrere Unboxing Hardware-Hardware-Checks kommen weil es wird nicht nur ein Mikrofon ich werde auch mir eine Spinne holen einen Ständer und einen Popschutz und das werde ich euch alle zeigen ich werde das auch aufbauen dann machen wir mal so einen Test das habe ich so geplant lecker dann ist noch in Planung der Hardware-Check für den MP3-Player mit Bluetooth-Funktion da haben viele gesagt jede Handy hat Bluetooth ja jede Handy hat Bluetooth aber nicht jeder Bluetooth äh nicht jeder MP3-Player hat eine Bluetooth-Funktion mir geht jetzt nicht darum dass das Handy Bluetooth hat mit dem MP3-Player ist es dann zum Beispiel so ähm finde ich nämlich sehr interessant äh weil mein Handy nehme ich größtenteils zum Telefonieren ich habe klar ein bisschen Musik habe ich auch drauf wenn es mal drauf ankommt aber ich will mein Handy nicht so voll klatschen mit Musik lieber mit Fotos wenn ich Fotos mache von mir oder von meiner Tochter von mir und meiner Tochter und ähm da finde ich diesen MP3-Player wo ich Videos jetzt gemacht habe vor kurzem finde ich richtig geil weil die hat eine Bluetooth-Funktion da kann ich jetzt zum Beispiel äh ich bin nicht der Sport-Typ aber wenn ich unterwegs bin mit dem Fahrrad oder so kann ich mit dem vernünftig Musik hören und wenn ich dann sagen wir mal vom Fahrrad abstehe das Fahrrad hier zu Hause abstelle und wie es ist ich mache jetzt noch einen Großeinkauf äh gehe ich mit dem MP3-Player ins Auto der synchronisiert sich mit meinem Autoradio also mein jetziger hat noch keine äh äh Bluetooth-Funktion aber ich werde mir ihn mit Bluetooth-Funktion holen synchronisiert er sich also koppeln sich und dann geht die Musik weiter dadurch ist das Positive dass der halt ein USB hat habe ich euch hier gezeigt kann ich im Auto jederzeit laden ähm ähm er hat 8 GB das reicht locker aus für die beste Musik und wenn man was Neues haben will nimmt man sich dem mit hoch klatscht am Laptop an oder am PC und macht sich neue Musik auf und äh sobald man im Auto einsteigt bumm synchronisiert er sich und äh man braucht nicht irgendwelche Karten, CDs irgendetwas wechseln denn ja das ist halt das Positive deswegen habe ich den euch unbedingt mal zeigen wollen weil einige mit denen ich auch geschrieben habe die haben die haben mich deswegen gefragt ob ich sowas mal zeigen kann deswegen habe ich es euch gezeigt ähm weil die das Problem haben die wollen nicht immer ins Autoradio irgendwelche Karten rennen oder CD rinnen raus und äh die wollen einfach was haben was so unterwegs hören können aber was auch für das Auto funktioniert und das ist mit diesem MP3 Player definitiv gegeben das werde ich euch auch nochmal in einem anderen Video zeigen ja lecker dann werde ich euch die LED Lampen in meinem Flur und in meinem Schlafzimmer mal zeigen das sind zwei verschiedene ich habe mir extra zwei verschiedene ihr holt einmal mit Energiestufe A A und einmal mit A Doppelplus von Philips die sind im Flur ich werde euch mal die Lichtqualität zeigen da seht ihr ob sie gelb ob sie weiß sind und so es sind zwei verschiedene Preiskategorien habe ich gedacht das ist vielleicht auch mal ganz sinnvoll beim Schlafzimmer da ist das Licht nicht so oft an deswegen reicht da auch nur A aber im Flur ist das Licht wenn meine Tochter aufkluiert oder tagsüber oder abends ist das öfters mal länger an das muss schnell angehen das muss gleich auf richtig Power sein und muss energiesparend sein und da habe ich dann die Philips Runde gemacht werde ich euch dann auch nochmal Videos mal zeigen dann habe ich was ganz cooles für mein Wohnzimmer noch das wird in den nächsten Tagen kommen da will ich noch nicht so viel verraten aber ich denke mal das ist für den einen oder anderen der ein Laptop besitzt sehr interessant denke ich mir mal deswegen habe ich gedacht ich muss euch das unbedingt mal zeigen weil das hatte ich so noch nie gesehen da bin ich bei Amazon durch einen dummen Zufall drauf gestoßen wirklich durch einen dummen Zufall ich habe geguckt weil ich was machen wollte weil ihr wisst mein Laptop steht jetzt hier auf diesem Karton den ich extra so habe dass der nicht auf dem Stoff steht vom Sofa sondern Luft kriegt von unten oben und dann gibt es ja noch diese Laptop Kühler ich habe auch hier noch einen Laptop Kühler der ist noch verpackt den habe ich manchmal benutzt damit könnte ich den auch hier aufs Sofa stellen das ist aber alles ein bisschen doofe Angelegenheit und da habe ich was Schönes gefunden und das werde ich euch präsentieren das ist richtig geil wirklich extrem geil da freue ich mich schon wie Bolle drauf das werde ich dann auch noch ein bisschen bimpen werde da noch meine Technik mit dran klatschen da habe ich mir so ein paar Ideen gemacht das werde ich euch alles in Videoform präsentieren also da werden ein paar mehr Videos kommen euch zeigen wiegt es ein bisschen Pimpe wiegt es ein bisschen so mache dass es für meine Bedürfnisse coole kommt dann habe ich mit Ligavo immer wieder gesprochen und da werden wir auch wieder da werde ich auch wieder neue Videos machen da werde ich diesmal Produkte aus der Pro-Reihe euch vorstellen werden das werde ich in den Videos noch erklären was der Unterschied zwischen Ligavo Normalprodukten und der Pro-Reihe ist das ist eine Reihe die heißt Pro-Reihe das werde ich euch dann noch präsentieren da freue ich mich auch schon megamäßig drauf und dann werden auch ein paar neue Produkte von Ligavo kommen das ist alles schon in Planung da bin ich schon am abquatschen und die Verhandlungen Verhandlungen sind es nicht aber die Gespräche mit der Firma Lofen wie und was wir da am besten umsetzen können dass ich euch da was Schönes noch zeigen kann für Mitte des Jahres sind auch Infovideos geplant da sind wir gerade am quatschen wie wir das am besten machen weil dann muss ich erst ein besseres Auto haben weil mit dem Auto bringt das nichts da kann ich nicht zur Firma fahren das ist ein bisschen mit dem Auto traue ich mir das nicht zuwertig jetzt habe also weitere Strecken deswegen ist das kann ich euch schon ankündigen dass das Mitte des Jahres da so eine Reihe kommen wird und da wollen wir so ein paar Irrtümer die viele von euch haben ausräumen ein bisschen aufklären und das liegt mir und der Firma sehr am Herzen diese Reihe die werden wir auf jeden Fall machen da werde ich dann vielleicht unterwegs auch ein Autofahrvideo machen wie ich da hinfahre mit euch ein bisschen labern so einen kleinen Vorgeschmack das kommt dann bevor ich das lade ich ja immer ungeschnitten gleich hoch bevor die richtigen Videos kommen weil die muss ich ja dann erstmal aufnehmen müssen geschnitten werden bearbeitet werden wisst das ist halt alles ein bisschen zeitintensiv das ist jetzt nicht einfach mal so ein Video und dann bumm lade ich das hoch das dauert schon ja das ist für Mitte des Jahres so in etwa geplant da freue ich mich megamäßig doll drauf das wird dann so eine Interview Reihe ja da freue ich mich richtig doll drauf muss ich sagen richtig doll drauf weil mit der Firma arbeite ich ja wie gesagt schon länger zusammen eigentlich seit meinem ersten Kanal arbeite ich mit der Firma zusammen und wir haben ein paar schöne Produkte ein paar schöne Sachen auf die Bene gestellt und ja ist eine von eine die Firma mit denen eigentlich am intensivsten zusammenarbeite in der ganzen Zeit die Zusammenarbeit macht auch megamäßig Spaß ja und da freue ich mich megamäßig drauf also da freue ich mich wirklich richtig doll drauf und die was wir geplant haben die Projekte oder die Videos die sind mir sehr wichtig und ja da will ich einige Fragen beantworten und so ein bisschen aufklären halt ich will noch nicht sagen was aber das wird geil dann werde ich diesen oder nächsten Monat mir eine neue E-Zigarette holen eine größere mit mehr Power und dazu Akkus einen Akkuträger also ein Akkuladegerät und noch ein paar Verdampferköpfe zusätzlich die werde ich auch äh Unboxing-Hardware-Hardware-Check werde ich dazu machen dann werdet ihr auch alle hier finden wenn ihr mich dann weiterhin verfolgen wollt mit dem Dampfen ja Lacki na komm her wenn ihr mich dann weiter verfolgen wollt mit dem Dampfen empfehle ich euch meinen Dampfer-Channel den ich gemacht habe na komm her da mache ich gerade so Tagebuch das ist eher so ein Tagebuch-Channel wo ich halt so mal so meine Dampf ja komm her meine Dampfereignisse oder Erlebnisse mit euch teile und wie es jetzt ist mit einer Rochen aufzuhören weil ich rauche ja keine Zigarette mehr meine Wohnung ist eine reine Lichtraucherwohnung und dampfe jetzt nur noch mit Genuss und ja dann kann ich euch meinen Dampfer-Channel mal ins Herz legen so das ist noch geplant Dating Light werde ich ein Video zu machen also vielleicht ist das auch schon vor diesem Video da ich weiß es nicht wie schnell ich damit bin ich denke mal nicht ich habe schon Material gesammelt ich muss das aber noch bearbeiten alles das dauert halt alles und ja das ist halt ziemlich groß das Videomaterial also denkt mal es wird das Video vor diesem Video sein im Sancho Video äh zu diesem Höllendlc bin ich ziemlich leise das liegt daran dass ich die Content-ID-Treffer also die Musik entfernen lassen habe und dadurch wurde mein Mic über das ganze Video total leise gemacht auf der Original-Datei ist das nicht so ist halt leider Gottes so tut mir auch echt leid aber man hört mich ja wenigstens trotzdem noch ein bisschen was ja dann ist dann werde ich eine Gameplay Review machen äh zu Evolve ähm das ist ein Reinhard Online Spiel da wird es mal was anderes geben das wird es mal wieder so was sein wie zu Destiny da werde ich mit einem befreundeten YouTuber mit dem Blue mit dem ich Sancho durchspielen werde werde ich äh sozusagen eine eine Koop Gameplay Review machen weil das ist ja ein Reinhard Online Spiel und äh da ist mir dann wichtig dass ich dann mit dem ich spiele dass der auch seine Meinung sagt ja und äh da werde ich mit dem Blue Land spielen wir werden dann wieder so denke ich mal ein bis anderthalb zwei Stunden werden wir spielen so die ersten Eindrücke sammeln gucken ob Wied uns jetzt flasht vom ersten Einblick äh Einblick ein Blick und danach werden wir zusammen äh kommentieren beziehungsweise äh unsere Erlebnisse zum Spiel euch mitteilen und ob es uns jetzt gefällt oder nicht gefällt wie gesagt ist Ersteindruck äh das ist nur Wied uns flasht jetzt vom ersten Einblick äh was ist mit mir los Einblick Mensch und äh ja da freue ich mich auch schon sehr doll drauf ist nämlich immer schön da noch eine zweite Meinung dabei zu haben finde ich auch für euch vielleicht interessanter ja was kommt noch ja mit Glück kommt noch äh äh The Order werde ich wahrscheinlich dann noch machen wenn ich Glück habe ich warte auch noch auf die neue Assassin's Creed Version ist jetzt Februar ich denke mal nächsten übernächsten Monat wird die denn im Store erscheinen bei Ubisoft ich bestelle meine äh Collectors Edition immer bei Ubisoft bestellen immer die größte Version davon ich denke mal jetzt nächsten übernächsten Monat wird äh Assassin's Creed dort erscheinen ich werde es mir aber noch nicht gleich bestellen weil wenn dann bestelle ich mir wieder die große Version und mache dann auch später logischerweise Ende des Jahres ein Unboxing dazu da werde ich euch denn auch nochmal ein Video machen habe ich mich entschlossen weil sonst habe ich euch immer nur gesagt dass ich es mir bestellt habe ähm finde ich diesmal ein bisschen doof euch das nur so zu sagen diesmal werde ich ein Video machen wie ich auf diese Seite gehe euch die verschiedenen äh Versionen zeigen und ich werde euch zeigen welche ich bestelle ich werde nicht mit euch zusammen bestellen das mache ich danach dann in Ruhe weil da muss ich dann wieder den äh Pin eingeben ich mache das gleich mit Online Banking und so ein Scheiß alles und äh da feierst ich wieder nur irgendwas weg zu weg zu machen und so deswegen werde ich das für mich alleine machen aber ich werde euch mit euch die verschiedenen Versionen durchgehen und mich mit euch zusammen für eine Version entscheiden es wird meines Erachtens nach wieder die größte Version werden aber mal gucken was für Versionen diesmal überhaupt kommen ja dann sind noch so ein paar Spiele in Planung ähm da muss ich aber erstmal abwarten die ich euch dann präsentieren werde äh Hardware mäßig wie gesagt wird was von Ligavo kommen äh was für also aus der Pro Reihe und vielleicht noch ein paar andere schöne Sachen die sind definitiv in Planung dann ähm kann ich euch zu diesem Thema auch gleich nochmal den Youtube Channel von Ligavo äh ans Herz legen den ich werde gucken dass ich das nicht verhäse aber im Hochladen unten drunter in die Videobeschreibung von Linken den kann ich euch echt nur empfehlen die Firma erklärt da auch einige Produkte und ähm nicht so wie ich jetzt einer von euch praktisch äh ich hab ja davon keine Ahnung ich äh informiere mich nicht ich gucke nur an was mir gefallen würde oder gucke was euch gefallen würde und euch ich euch gerne zeigen würde oder wenn ich hab krieg ja auch Nachrichten von euch gucke ob es da Produkte gibt die euch da weiterhelfen und macht dann zu diesen Produkten halt Videos äh äh dann Ligavo die ihre eigenen Produkte natürlich besser kennt äh hallo äh ist ist kein Wunder äh die erklären jetzt auch richtig klasse so richtig Techblogger mäßig äh kann ich euch empfehlen weil ich bin kein Techblogger ich möchte auch kein Techblogger sein ich bin normaler Mensch so wie ihr und guckt mir an was mir gefällt oder euch gefällt und äh macht dann Videos dazu alles ohne getestet schließt es an und benutzt es und gibt dann meine Meinung ab ob es schnell anzuschließen war und ob es mir jetzt so gefällt oder nicht und ähm möchte auch kein Techblogger sein ich will kein Techblogger sein ich will von ganzen Fachausdrücke womit ihr auch nichts anfangen könnt will ich ja nichts wissen ich will nur wissen geht das Produkt so anzuschließen wie ich denke egal ob es von Ligavo von von weiß ich wem ist äh ich schließe das an geht es gleich anzuschließen funktioniert das so wie ich das denke was ist mit drinne wenn ich mir das kaufe ja und das sind so die entscheidenden Fragen die mich beschäftigen und worüber ich Videos machen will ich will nicht mal gucken nicht mal sagen das hat so viel oben das hat das und das hat das das sind Sachen die interessieren kein Schwein euch mich so finde ich es jedenfalls interessiert nur Produkt XY funktioniert es ja nein funktioniert so wie in der Beschreibung ja nein geht es so schnell anzuschließen wenn zum Beispiel drauf steht anschlussbereit in 20 Minuten funktioniert das dann auch innerhalb von 20 Minuten ja nein und taugt das was macht das wirklich so wie es sein soll oder sieht das kacke aus ja das wird kommen dann was für mein Wohnzimmer wie gesagt wo ich mich drauf freue dann bin ich am gucken dass ich habe ich so eine Planung ich wies aber nicht ob es zustande kommt da ich ja mein Camcorder erweitern möchte mit dem zusätzliche Batterie mit dem Ladegerät was in den nächsten Monaten sein wird denke mal in zwei Monaten oder nächsten Monat ich weiß nicht wie schnell das voran geht das ist in Planung werde ich da natürlich auch Unboxing und Hardware Check zu machen und ich will für mein Handy da ich ja jetzt öfters mal was im Auto mache und die 16g ich will mir da nicht so wirklich ausreichen will ich mich für mein Handy natürlich neue Speicherkarte kaufen und auch noch eine zusätzliche Speicherkarte für mein Camcorder das wenn ich unterwegs bin und was mit Camcorder aufnehme eine Speicherkarte zum Wechseln habe wenn nicht voll ist weil die 64GB gehen auch relativ schnell voll wenn man in hoher Qualität aufnimmt da habe ich geplant habe ich auch schon angeschriebene Firma dass ich gerne mal Speicherkarten von verschiedenen Geschwindigkeiten und Ausführungen her testen möchte und euch diese erklären möchte warum und weshalb wo was drauf steht weil Typ 10, Typ 4 mit wie viel Schwindigkeit für welche für welche Räte diese Speicherkarte jetzt gerade geeignet ist und da habe ich vor so ein paar 64GB, 32GB in verschiedenen Ausführungen Speed, Extra Speed und wie sie alle heißen und vielleicht auch ein paar größere als 64GB zu testen und euch zu zeigen und da habe ich gerade mal angefragt ob das überhaupt möglich wäre dass ich mir so ein paar Testmuster schicke, dass ich die einfach mal teste danach kann ich sie ja mal hier zurückschicken, das ist ja kein Problem aber um euch die mal zu zeigen da habe ich aber noch keine Antwort gekriegt, also weiß ich nicht ob das zustande kommt dann wird ein Livestream kommen nicht nur der am 16., sondern auch ein Stück weit später Datum ist noch nicht so richtig bekannt, also eigentlich noch nicht bekannt im Dampfer Channel also nicht hier bei Odin Test oder Odins Test nein, der wird in Odin Dampft kommen dieser Livestream mit ein paar anderen Dampfern ich denke mal der Agro wird mit bei sein, der schon länger dampft der Onkel, der jetzt vor kurzem auch angefangen hat mit Dampfen vielleicht macht der Sale auch mit oder Slay, besser gesagt der dampft ja schon was länger, aber raucht gleichzeitig noch dann habe ich auch im Dampfer Channel schon Bescheid gesagt dass wer mitmachen will, gerne mitmachen kann weil einige weiß ich, die haben wegen meinen Videos oder dank meinen Videos auch angefangen mit Dampfen und sind damit sehr zufrieden und sind auch schon komplett von der Zigarette weg ja, die dampfen auch erst seit kurzem und sind komplett von der Zigarette weg teilweise manche rauchen noch aber eigentlich eher mehr Dampfen und da wird es dann mal so ein Livestream geben wo wir darüber reden wie wir zum Dampfen gekommen sind wie wir das Dampfen jetzt finden ob wir von der Zigarette komplett weg sind ob wir von der Zigarette überhaupt weg wollen weil manche wollen ja von der Zigarette nicht weg die wollen das Dampfen nur nebenbei oh ist das scheiße lecker ach, mein Hals kratzt ja, das wird dann im Dampfer Channel kommen das ist auch in Planung aber ist so scheiße lecker, ja und da wird es auch eine müdliche Runde werden und da werden wir mal so ein bisschen über Dampfen reden und ja, einfach ein bisschen schillig ein bisschen ruhig dabei dampfen logischerweise ja, und hoffe, das gefällt euch vielleicht auch oh, das ist so lecker, ey Kaugummi ist echt lecker das tanke so bald wieder, ey ja, das ist definitiv in Planung pfff, ist noch irgendwas in Planung? ja, stimmt dann ist noch in Planung da werde ich zu meinem Grafiker fahren dem Heiko schon Bescheid ihr sagt mit Kamera alle drum und dran werde ich da aufschlagen weil wir ja für ein Dampfer Channel noch ein Logo machen wollen und ein Banner machen wollen mein Grafiker und ich zusammen wir setzen uns da zusammen und da gedacht, das nehme ich einfach mal auf für euch da weiß ich noch nicht, ob das im Dampfer Channel oder hier rin kommt weil ist ja nur das Logo für den Dampfer Channel und ja, das ist mein Hauptkanal Odins Test ich denke mal, das werde ich hier machen hier veröffentlichen ich habe aber noch keinen Plan da werde ich unterwegs ein Video machen denke ich mal, wenn ich mit Auto fahre ein bisschen labern labern mit euch und euch sagen, was wir da genau jetzt vorhaben dann werde ich da halt filmen, wie wir das machen dann ist in Planung wenn mein bester Freund mitspielt so noch ein bisschen Privat Video machen das wird dann auch bei Odins Test oder vielleicht in meinen Privatkanal kommen bin ich mir noch nicht sicher, aber ich denke mal das wird hier kommen da werden ja Martin und ich irgendein Spiel spielen weil wir Martin irgendwie machen also mein Martin ist mein bester Freund wir machen eh mal im Monat so einen Männertag will ich es mal nennen da nehmen wir nur Zeit für uns und das ist meistens dann, wenn meine Tochter bei Oma ist oder so dann kochen wir denn oder bestellen uns irgendwas und gucken irgendeinen Film oder Filme und zocken und labern und ja, gucken und labern, was da so passiert ist das machen wir eben mal im Monat ist das lecker, ey so drin und ähm da werde ich mit Martin nochmal quatschen wie das aussieht, ob ich uns dabei filmen kann das, ja da werde ich mal so die müdliche Runde hier mit Martin filmen und äh wir werden dann ein bisschen zocken ein bisschen Dünnpfiff labern einfach so die müdliche Runde dass ihr da auch mal ein bisschen dran teilhaben könnt ich weiß nicht, ob ich da das komplette Video veröffentliche oder einfach nur so einen Zusammenschnitt mache das steht noch in den Sterne und erstmal gucken, ob mein Och Katerchen mein Kater liegt nämlich hier und äh ja ob es Martin überhaupt recht ist ja also das gab es früher auch nicht dass mein Kater bei mir geblieben ist während ich gerucht habe habt ihr gesehen, dass ich eine Zerretta mache war der Kater weg und jetzt dampfen stört ihn nicht die Bohne ist noch ein positiver Nebeneffekt vom Dampfen mach dich schön dick, Lucky mach dich schön dick ja ja, dann ist haben auch viele gefragt ob ich nochmal ein Video über meine Katzen machen werde ehrlich gesagt bin ich mir nicht schlüssig könnt ihr gerne unter dem Video jetzt drunter posten oder mir auch per Privatnachricht schreiben am besten das betet oder halt wenigstens unter dem Video drunter posten das wäre halt braucht ihr mir nicht unbedingt eine Privatnachricht schreiben schreibt da einfach unter dem Video drunter ob ihr vielleicht nochmal ein Video von meinen Katzen sehen wollt oder wie ich ein bisschen mit meinen Katzen hier spiele oder streicheln ja kann ich euch meine Katzen vielleicht nochmal vorstellen und meine Maus und Ticker sind jetzt auch schon gewachsen ja warte dickerchen also wenn ihr das sehen wollt kann ich das gerne machen müsste ich aber von euch wissen ob ihr das überhaupt sehen wollt ja sonst ist eigentlich nichts weiter in Planung jetzt würde ich sagen ne eigentlich nicht achso meine neue Brille habt ihr vielleicht schon gesehen die habe ich ja jetzt sieht sie nicht so entspiegelt aus gerade aber doch man sieht meine Augen noch die ist nämlich entspiegelt ja trotzdem spiegelt sich der Laptop irgendwie hm aber soll wohl entspiegelt und äh äh Antikratzschutz und so ein Scheiß sein finde ich auch nicht mal so schlecht finde ich richtig schicki da hat mich auch über 100 Euro gekostet die Scheiße ähm die ist jetzt für den Laptop das sehe ich halt die soll ich wohl die ganze Zeit wenn ich am Laptop bin äh aufsetzen und ich kriege damit nicht so schnell Kopfschmerzen wie mit meiner alten Brille ja sonst ist eigentlich gar nichts in Planung das war's eigentlich also ist ja auch genug was jetzt noch kommen wird die News Kategorie bin ich noch am überlegen dass ich die wieder belebe muss ich nur gucken ob ich hier noch News zusammenkriege eine Release Liste ist vielleicht noch in Planung äh dass wir so im Hangout mal so quatschen was für Spiele kommen werden das wird dann immer live stattfinden also wie sagt Hangout da werden wir dann in eine müdliche Runde sitzen quatschen was kommt an Spielen ob wir sie uns holen werden ob es interessant für uns ist oder nicht Tipp ist auf jeden Fall in Planung ähm da bin ich dran das kann ich aber noch nicht versprechen dass es kommt weil alleine will ich es nicht machen wenn dann will ich es mit ein paar Leuten zusammen machen da bin ich gerade am verhandeln das geht aber alles erst wenn mein Internet wieder vernünftig funktioniert da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten da wissen wir aber auch noch nicht da bin ich gerade am verhandeln entweder machen wir das so dass es komplett bei mir läuft aber ich würde es auch cooler finden weil das sind vom anderen Channel vom Gamershack LP sind das Leute die mitmachen da habe ich mir dann so gedacht dass wir das vielleicht so im monatigen Wechsel machen also ein Monat bei mir im Channel und danach der Monat die Release Liste wird dann bei Gamershack LP veröffentlicht das ist aber alles gerade am machen da wird dann auch äh wenn es bei mir ist leite ich natürlich den Hangout ist logisch sonst kommt jetzt nicht bei mir ein Kanal weil geht ja sonst nicht und äh wenn es bei Onkel im Kanal kommt leitet Onkel den Hangout ja und das wird dann auch eine mögliche Runde wir werden dann sabbeln ein bisschen so die Spiele so durchgehen alle die uns unverbindlich ganz unverbissen wird ganz müdlich mhm ja dran ist toll und äh da sind wir gerade noch am abquatschen wie und was wir da am besten machen 3000 Abonnenten Special wie gesagt ist auch noch in Planung der kommt auch definitiv wir wollen die 8 Stunden knacken also den Hangout von alleine schließen lassen das heißt nicht wir schließen den sondern der Hangout wird automatisch geschlossen nach 8 Stunden laut deutschem Recht ist es so dass es nur 8 Stunden gehen darf ja und da wird der dann nach 8 Stunden aussehen und das wollen wir jetzt auf jeden Fall knacken da sind wir an Planung also da stehen noch einige Sachen offen die noch kommen werden jetzt bin ich schon wieder bei 43 Minuten ja dann würde ich aber jetzt auch langsam Schluss machen weil das ist auch schon nach 2 ich will ins Bett ich würde mich dann jetzt erstmal verabschieden und ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen wenn es euch gefallen hat das Video mal was anderes ich habe jetzt einfach mal eine müdliche Lümmel auf dem Sofa und mit euch ein bisschen gesabbelt ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden was noch hier so passiert was passiert ist und wie gesagt am 16. habe ich wieder Internet da wird abends gleich der Live Hangout kommen ihr seid herzlich eingeladen schreibt mir einfach wer mit bei sein will und dann machen wir eine schöne müdliche Runde sammeln ein bisschen und könnt mir auch Fragen stellen zum Umzug oder was weiß ich zur E-Zigarette oder was weiß ich wird alles ganz locker lässig nichts verwissen hat bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal wirklich Ahoi sagt euer Odin das ist das ist das ist